Und jetzt möchte ich sagen, bin ich frei für NITROGEN! Er hat das ja verdient. Ja, kann man stehen lassen. Nein, der hat gerade nicht mehr in die Wohnung. Okay, wir waren ja vor vier Wochen, fünf Wochen, waren wir in Frankreich eine Woche auf Truhe. Und da haben wir dieses Stück tatsächlich versucht, den als Banane zu verkaufen. Es hat teilweise geklappt, aber es hat sich wieder abgekauft. Urteil selber, the devil dealt the deck. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020